Und herzlich willkommen auf dem Kanal Stern Glimmer. Heute ist das erste Video, wo ich rede, also meine Stimme zeige. Vorher habe ich immer nur gesungen und halt die ersten Videos, wo ich gezeichnet habe, waren immer nur mit Musik im Hintergrund. Doch ich habe mich dazu entschieden, heute mal ein Video zu machen, wo ich rede. Und, aber am meisten gebührt dieses Video den Leuten, die mich alle abonniert haben, weil ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass ich jetzt 28 Abos habe. Es wird auch noch ein Abo-Special kommen, wenn ich die 30 geknackt habe. Dann, naja, das verrate ich jetzt nicht. Halt, und erstens, der erste Teil heute ist, es gehen Grüße raus. Und zwar an Mio no Shubo. Also, ich lese das mal. Ähm, weil sie macht richtig viele coole Videos. Also schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Ich kann sie auch gerne in dem Video verlinken. Ähm, also ein Video von ihr. Ähm, ja. Das war es dann heute auch wieder mit dem Video. Heute kommt wahrscheinlich noch ein Video. Ich hoffe, ihr guckt euch das dann auch an. Und ich sage dann schon mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.